Der Palsteg Der Palsteg ist ein sich nicht zuziehendes Auge. Wir legen uns die Leine in die linke Hand, hier wird der Knoten gemacht. Hier unten entsteht gleich das sich nicht zuziehende Auge und hier oben ist das längere Stück der Leine oder das Boot dran. Wir nehmen das untere Stück der Leine, legen es einmal um die Hand herum, diese Schlaufe drehen wir nach vorne. Jetzt gibt es einen schönen Spruch dazu. Eine Schlange kommt aus dem See heraus, geht um den Baum herum und in den See wieder hinein. Jetzt halten wir die Bucht fest, den Baum dazu, lassen den Knoten also komplett los, ziehen es zu und dann haben wir unseren Palsteg fertig. Wichtig dabei ist, dass das Endstück der Leine hier außerhalb ist und nicht innerhalb des Auges. Das Endstück der Leine hier außerhalb des Auges. Das Endstück der Leine hier außerhalb des Auges.